hallo freunde der maxi diabetes förderung ich habe mal wieder ein neues nations maxi für euch das ich mit euch zusammen öffnen möchte da haben wir ja bereits zwei figuren wir haben einmal das bison und einmal unseren wahl und dann gibt es noch dann gibt es noch drei weitere varianten und zwar die qualabären die giraffe und die schneeäule ich persönlich hoffe immer noch auf den quala oder die qualabären und die schneeäule mal schauen was wir heute drin haben in erster linie hoffentlich natürlich nichts doppeltes mal schauen so und daumen drücken was ist es heute ja ich muss leider enttäuschen es ist nichts neues es ist wieder der potwahl ich meine es ja auch schön aber doppelt muss ich ihn jetzt auch nicht haben naja gut dann war es das leider heute kurzes knappes video ich sage danke fürs zuschauen und hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut bye bye